Musik 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 Dann machen wir mal hier Zack Zack Hast du noch Stämme? Wir lassen mal ein paar Krassen hier Ja Sehr gut So So Boah Kriegen wir wieder Besuch, oder was? Ich krieg nur den Mist Den Alter Ich kann auf den Stamm hier eindreschen Wie den Baserker, da passiert gar nichts Hä? Äh Dann steht es verkehrt Du schlägst auch langsam, ne? Schlägt auch sehr langsam, aber ich habe gerade gesehen Ich habe so, ich habe die Maustasse geduldet Ja, die ist dann deine Performance vom Rechner, der kann das nicht berechnen so schnell Ja Mehr brauchen wir jetzt hier an dem Punkt nicht Glaube ich Warum machen wir hier eine Rampe hin? Oh Treppe Ach Virginia Geh mir ausgefüllt Nein Was hast du gegessen im Kindergarten? Ravioli 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 Alles gut Alles gut Haben wir das Podest gleich auch erledigt So, das Seil nehmen wir mal weg Dann machen wir mal hier das Loch zu, ne? Und noch ein Stämmchen Hier haben wir einen So, haben wir das schon mal So, haben wir das schon mal Ah, verkehrt Ein Stamm fehlt noch Dann liegt einer So Also, jetzt haben wir das schon mal auf Hier geschafft, dass wir Die Saalbrücke da machen können Ne? Sascha Jetzt müssen wir halt nur drüben die Parallele hochziehen Das kann ich mal eben schnell gucken, ob ich schnell realisieren kann Da haben wir schon mal zwei Wege Ja Dann liegt schon mal wieder die kleinen Stückchen da Die du da abgetrommelt hast Zum Feuer hin Jetzt bin ich da runtergefallen Ja, toll Ja, du bist schuld Naja Irgendwer muss doch schuld haben Wenn nicht ich, dann du So Dann hatten wir die Höhe fast Wollen noch ein Stamm, da liegt noch einer Nein, das ist ein kurzer Weil sie sind mit den kurzen Stämmen Feuerholz Zack, Schnitze in Feuerholz Gleich geht mit der Rissen Bauern Topf Bauern Topf Wir schloren gleich den Bauern Topf Was? So Mal gucken Kann ich hin da nicht dran machen? Wenn ja, warum nicht Wenn ja, warum nicht? Doch Sascha Ja Retter Stämme Warte Hier sind noch ein paar Stämme Jetzt müssen wir da ganz viele Stämme drauf bauen Aber richtig viele Kannst du mal in den Schlitten hier rüber holen, bitte? Wenn du mir sonst wo der Weg geparkt hast Da in der Insel bei uns Aua Finja Hau ab mit dem Stock Oder piekst du mich hier zu ihrem Stock? Ja Hast du den Schlitten? Wieso können wir denn jetzt hier keinen Hins raussetzen? Ich will uns denn Der steht da hinten Ja, jetzt habe ich da auch gefunden Danke Ah, von der Seite müssen wir das machen Wo, 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 wo hin? Einfach nur rüber Dass wir den von der Insel hier runter kriegen Ich glaube, das Eis taucht nämlich jetzt bald So Ich mach mal eben schnell Äh Mal eben schnell Vor allem Gleich mal eben schnell Mittag Ich schmeiß mal eben schnell Feuerholz zu meinem Kamin nach Ja Weil Ich sehe mich fast aus Ähm 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 Die Stämme müssen wir von der Seite drauflegen Von einer anderen Seite geht nicht Äh Von der Hüttenseite Oder kann ich das jetzt von mir Ich probier das nochmal Aber ich glaube, das geht nicht Ne, geht nicht Nur von der anderen Seite Ja gut Ja gut Ist ja nicht so schlimm jetzt Oh, zwei Schläge Wenn der Frau fällt So Erstmal eben, ne? So, mach mal Ich baue ein bisschen weiter Jaja, bin sofort wer da Und jetzt